hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal wir spielen heute aruyo es ist ein kostenloses horrorgame ich bin gespannt ich bin immer so ein bisschen skeptisch was kostenlose horrorgames angeht aber wir uns ja schon die vergangenheit gezeigt hat gibt es teilweise echt gute und dann lass ich mir kommen wir probieren mal eins so ich seid ihr bereit das ist ein wunderschön mal auf die andere steig ich hoffe schon schon ich bin gespannt nein die api selber work and breed to free provinces the neighborhoods of the 11 towns expect with the greatest enthousiasmen their every is the first time since the end of the war es geht um krieg okay das ist vorbei kann ich so schnell lesen sagst du sorry children and her history ich lese extra vor weil meine camera leicht vorsicht honey always thinking about the same thing from the main balcony befangs the reception granted er ist augen nicht augen wir verstehen uns nicht, wir sind ein neues Land zu kreieren wir haben ihre Kinder und ihre historie sicher für ihre Kinder und ihre Geschichte wie hängt sich denn bitte so ein augensymbol auf francisco der infuses scheiß lichter honey come on so sie sagt so komm schon ins bettchen die ist aber nicht hier wo ist die gute wie soll die lichter ausmachen gehen wer hängt sich denn sowas auf ich kann nicht sehen I can see you ja auch mit der Hand und okay ich nehme die Lampe I have to fill the lamp okay ich muss die Lampe füllen wie gesagt schöner Kamin hm too dark ja wo finden wir den Batterien diese nicht Batterien was laber ich ich meine natürlich ja fuel zum auffüllen ah hier tschach blub 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 ui aber das sieht cool aus okay jetzt gehen wir raus hier oh ich habe schon wieder das Lichtbrennen lassen press one key to stirring take out the lamp ah und dann kannst du es wieder so machen okay entschlossen sieht aber sehr cool aus muss ich sagen was in der Schublade nee main shift to run ähm so renne ich okay vorsicht ist unten im Foyer liegt eine Vase auf dem Boden wer war das naja mal wuii sieht aber cool aus Das sind hier angezündet. Buch? Da kommst du drüber und hier ist überall Blut. Gut. Gut. Let's go back up. Komm zurück. Carmen is coming. Und wenn es das letzte ist, was ich tue? Okay. Okay. Ist das nicht so was wie Vergeltung? Schreib es gerne in die Kommentare. My love you are getting distracted. Let's go back. Ja, ich komme ja schon. Ja. Ja. Na, hat sich jemand erschreckt? Seid ehrlich. Mich hat es nicht erschreckt. Hey! Mach die Tür auf! Hallo? Entschuldigung? What the? No! Must be late at sleep again. Muss wieder eingeschlafen sein. Ja. Was passiert hier an, ne? Oh Gott, das Auge. It's been some time since I've been around here. Auge. A long time. Okay. Ich war so mit dem Auge fügt. Hä? Ich muss eine lange Zeit hier gesehen, da kommt so ein Vieh aus dem Bild. Scary Nightmares take a lot of oil. Okay. Also, uns wollen immer Monster töten. Ja. Und wir müssen dafür sorgen, dass sie es natürlich nicht können. Oh. Hä? Lol. Ich habe doch gedrückt. Ich habe linke Maustasse gedrückt. Was willst du denn von mir? Oh. 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 Das Spiel will mich verarschen, Leute. So, jetzt. Ich muss gedrückt halten. Und dann drauf. Okay. die bilder waren einen verschlingen ok haben sie zu sagen eine Gifte von General August Erender Francesco liked it so much that in the next family portrays the generals daughter who are matching dress for the occasion the idea for the dress came from kamen aber ruhig und ein Schwert oh das heißt doch eigentlich immer wie sie alle so eine Mütze anhaben als will sie gerade schlafen diese bösen Dämonen schön obwohl es kamen haben liebst du noch erinnert mich gerade so ein bisschen an der Hase entschuldigung immer hier lange oder okay jeder mal wieder hier 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 noch mal aufgefüllt und jetzt hier okay musikraum lana lana de carmen wo hat er ein lied für sie geschrieben oh warte ach mist jetzt habe ich mir reihenfolge nicht gemerkt aber es sind noch ganz andere zeichen also wir müssen da anscheinend noch eine kombination für finden wir gehen mal weiter wir gehen mal weiter da ist ja gut beruhigen sie sich ah hier haben wir es doch viermal diese köpfe aber das gleiche drauf hier diese bilder die 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 Ja, das ist nicht Nee Nee Ja, das ist alles schuldig Huch Kannst du noch irgendwas machen hier? Mit den Bildern dann auch zu tun, oder? Nee Hm 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 Aber das sind schöne Bilder Ja Ganz andere Zeichen Da sind die Schwerter Also die Schwerter sind als zweites Okay Gehen wir nochmal kurz zurück Also Kelt Schwerter Oh Tag Tag Aus Okay. 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 wir haben es bestes teaster und take the chalk okay kreide dann könnt ihr mal kreide jetzt irgendwas ändern ob ich das jetzt hier auf malen muss wir nehmen das mal mit gott das ist das hier nachher das dann dass das gibt mir eine nummer wird so 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 und geht die dann weg das verstehe so 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 kurz mal kurz kurz gucken und dann wenn die zweite 3 und 1 so richtig von mir jetzt auf den ton eingezeichnet wahrscheinlich wieder ein millimeter oder so zu wenig scheiße we Oh, 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 oh. ok liebe leute ich würde mal sagen wir hören wir auf wie hier das war so mini mini einblick in das spiel falls es euch gefallen hat schreibt gerne in die kommentare ich versuche es falls das interesse besteht noch eine folge aufzunehmen ist natürlich mal eine zeitsache in jedem bis dahin wünsche ich euch einen wunderschönen abend tag oder nachmittag oder morgen je nachdem man ihr das video seht und man es online kommt natürlich ja und vielleicht sieht man sich auf twitch ihr lieben twitch.tv erst durch crazy nixx3 sind wir zweimal die woche live mindestens würde mich sehr freuen wenn ihr auch da vorbeischaut bis dahin